Zwei... Oder auch nicht, doch. Jetzt hab ich drei. Hören Sie, Bäume. Wir müssen ja nicht alle abschlachten. Naaah, du... So und so, äh, weißt du Bescheid und äh, dies, das. Ich wollte dich nicht treffen, nein, wollte dich nicht, tut mir leid. Hey Leute! Hi! Hi Schafe! Dafür stirbst du jetzt. Nein! Ey, ey! Seh ich gar nicht einen, seh ich gar nicht einen, seh ich gar nicht einen, nein. Ja, ja, ja. Ich hab Samen. Ich hab auch Samen. Seh ich. Mann, das ist voll doof, deine Samenpower ist wie größer als meine. Ja, weil du nicht mal treffen kannst. Er kann dich treffen, er ist dumm. Ja, also auf jeden Fall, dass ihr es noch nicht bemerkt habt, aber wir haben eine neue Welt angefangen. Das macht voll Spaß gerade. Und es geht genau so weiter wie mit der alten. Das macht doch grad voll Spaß. Yay! Alter, er ist so dumm, um dich zu treffen, der Typ. Oh, ihr habt zwei Samen, drei Samen sogar. Wow, jetzt hast du doppelte Samenpower. Komm, ich bin jetzt, ich bin so nett. Mhm. Gut, ähm, wir sind halt hier in einer neuen Welt und ähm, ja, die alte Welt, ne? Ja, wurde das verbombt. Von bösen Menschen. Es gibt einen Backup, es gibt einen Backup. Link in der Beschreibung. Zum Download könnt ihr runterlanden und so. Ne, was? Was schon noch? So, er wird sagen, ey, Juli ist nicht dabei, weil er grad eine Abschlussarbeit schreibt oder so. Komm, wir momen das Schaf kaputt. Yeah, momen, weil es schwarz ist. Yeah, momen. Yeah, was? Was? Nein. Entschuldigung. Ne, nicht nicht, weil es schwarz ist, weil es scharf ist. Genau, hast du Wolle? Gut. Ne, auch noch, ja. Mega Wolle. Ich hab' die Wolle nicht. Ich hab' doch gesehen, wie du die aufgenommen hast. Hier steht er. Ja, ja. Jetzt wird die Städter. Schön. Dann nehme ich sie jetzt. Ah, das ist schon, äh, fummelt, 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 so. So, äh, wie viel Wolle hast du denn schon? Ich hab' jetzt, Moment, jetzt. Ich will die nicht alle umbringen. Ja, jetzt hab' ich drei. Ich hab' zwei. Oder auch nicht, doch. Jetzt hab' ich drei. Wir müssen ja nicht alle abschlachten. Nein, nein, nein. Ah, du, ich darf uns, mh, mh, mh. So, und so, äh, weißt du Bescheid und äh, dies, das. Ich wollte dich nicht, nein, wollte dich nicht, tut mir leid. Nein, nein, nein. Wer hat denn Bäume? Natürlich. Wir holen uns Bäume. Da sind noch Bäume, ne? Das weißt du, ne? Also, und so. So, egal, welche Bäume sind wir? Äh, meine ich mir nicht egal. Ich bin in meinem Smooth-Baum-Mensch, das musst du akzeptieren. Ne, ich gar nicht einen, nein. Ich nehme diesen Baum nicht an. Ich nehme diesen Baum nicht an. Ich nehme diesen, ne, warte mal. Ähm, warte mal, warte mal. Ich nehme diesen Baum nicht an. Ich bin Mecha... Ich bin Michael Reich-Ranitzki. Haha, Michael. Mischgeil. Ich bin Reich-Ranitzki, warte. 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 Für Pilze. Ich auch. Ich freu dich, ein Pilz. Yay. Ich brauch total sinnvolle Sachen gerade ab. Was? Das ist doch ganz... Das ist Rosensächer. Das ist Rosenblätter. Nee, das ist ein See-Rosenblätter. Ja, ja. Der See ist doch ganz nett hier. Können wir doch ein Haus am See bauen? Ja, kann man. Machen wir es? Ja, kann man. Aber machen wir es auch. Aber nicht hier im Biom. So. Ne, da nicht. Stimmt. Das Uckli-Shit. Uckli-Shit. Uckli-Shit? Uckli-Shit. So, ich hab jetzt hier schon mal Werkbank. Ich hab Werkbank. Ich hab Werkbank und so. Und, ähm... Wo Werkbank? Kann auch nicht. Irgendwo. Ich hab Werkbank. Der Question ist, wie machen die Nacht über und so. Wir können uns einfach irgendwo reingraben. Nein, das ist ja zu einfach. Stimmt auch wieder. Wir wollen es ja immer kompliziert haben, ne? So. Boah. Jetzt geht da schon mal einen Berg rein. So und so. Weißt du Bescheid. Ja, ähm... Ich hab Kohle gefunden. Cool. Toll. Ist doch schon mal etwas. Aber wo? Well, where we go? Wäre wie go, Dustin? Wäre wie go? Wo? Ich weiß nicht. Das ist toll. Fühl dir in eine Richtung aus. Immer ich, ne? Immer noch ich in das Hallen. So, okay, warte mal. Ähm... Ich will nicht entscheiden. Das meckerst du wieder an der Entscheidung der anderen. Deshalb ist das schon so gut. Ähm... Ähm... Was solltest du? Ich bin deine Mutter. Wo? Nicht wer? Achso. Ich bin deine Mutter. Warum nimmst du die Kohle nicht mit? Weil... 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 Ich hab... Und so was, ne? Und so. Äh... Ja, ich hab hier eine Höhle gefunden. Also ich wäre eine Höhle in so einem Berg. Und da komme gleich. Geh ich nun rein. Nun. 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 Na, der ist jetzt viel cool. Das ist ja fast schon Arbeit. Vollarbeit. Vollarbeit. Mit der scheiß Holzhacke. Die ist nicht scheiße. Die ist nur Holz. Zöölich. Okay. Musik oder so. Gut. Äh... Äh... Ich bin... Ich bin hier. Ah ja. Ich seh dich, glaub ich. Der ist ein Schab. Also ich bin hier, weißt der, ne? Hier. Vor Ort. Mhm. Ja, ich bin hier. Also du brauchst es gar nicht wissen. Ach so. Ach so. Hier bist du. Ach so. Ich hab mich schon gewundert. Nee. Ah, ich seh dich. Ja, das ist blöd. Du musst hier rein. Wo ist die Öffnung? Hier. Andere Seite. Hm. Hallo. Ah, hi. Ich bin gespannt, wie du hier versucht reinzukommen. Hä? 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 Oh, schlau. Nee, 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 nee. Einbrecher hier. Ach, ich bin. Ey! Einbrecher. Ich hab Packeln. Wehe. Hast du die... Craften-Box-Table mitgenommen? Ja. Oh! Dann da, da eine Ecke. Cool. So, fucking cool. Wir sind voll modern. Das wichtigste kommt jetzt. Achtung. Achtung. Genau. Toll. Cool. So, schlafen. Die Säune geht auch schon langsam unter. Oh, Tatsache. So, und dann hier. Und wird sein Schlafzimmer. Du kannst auch nicht lieber Neid. Nein, kann ich nicht. Ich will gar nicht in einem Raum mit dir schlafen. Das ist ekelhaft. Ja. Bist du da... So. Mann, ich will jetzt draußen schlafen. Schlafen. Wieso kann ich... Wieso kann ich... Ich krieg das so. Schlafen. 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 Nein, schlafen. Ja, super Idee, das abzubauen, ne? Weiß schon, dass wir da nicht respawnen sind, ne? Nein. Na, du lügst. So, ich würde sagen, äh... Wir suchen uns jetzt erstmal eine Gegend, wo wir Haus... Ei! Ei. Und dann? Haus bauen können. Guck mal. Oh. Ei hat Hunger. Ich auch. Oh. Huhn. Meine ersten XP in dieser Welt. Oh Gott, ist das geil. Ich hab meine schon von der Kohle bekommen. Das ist doch lame. Kohle rennt nicht weg. Ja, das Huhn ist ja auch voll der Taff der Gegner. Ja, es ist Taff. Es ist das Taff Huhn. Es ist Taff Huhn. Es ist Taff Huhn. So, äh, wo bist du? Ach, da. Ich würde gerade kühlen. Lass nicht alle... Ja, nicht alle, aber wenigstens. Sie haben noch einen, ach so. Nun, äh, sollten wir ein Haus bauen. Hier? Nein. Gut, meinte ich. Da oben ist doch gut. Lockiere. Komm. Come on. Komm in. Da drüben. Der. Da oben. Wo ist Schaf gerade gespawnt. Oh, ja. Das sieht so dämlich aus. Lol. Nö, lol. Das ist jetzt so dämlich, aber... Oh, bei mir auch ich vom Rückwärts. Und das Inseln ist doch schön hier. Oh, die verdammte Natur, alles muss weg, aahhh. äh ja okay aus was bauen wir denn das Haus das Haus was wir hätten nicht sein oder holz das ist eine sehr schwere Frage Holzer ist massig noch da haben die Stein hätten wir auch massig mehr ein die Steine als du denn bitte 26 vor Ort ich halte mich 23 und steigen könnten wohl das ist gar kein Problem das ist gar kein Problem nein das ist auch nicht oder so ich habe Samen vier vier stück unbelief abel ich sollte mich dann vielleicht mal um die Aufwärtsversorgung kümmern mach das kann er mich auch nicht mehr rein ich auch nicht ich habe nur zwei Keulen ich noch drei aber es ändert nichts an der Sache dass wir mal was zu essen brauchen das war meine Schaufel ja dann adult mit der Hand und ja ich sehe ich ja so ich kann ja ähm nm nm das wird wunderbar können hier bestimmt 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 ja ja ich glaub's ja bestimmt fast halb ein ich mache mich in der Kraft im Band Mensch und bauen wir dann hier 1 1 1 ein Grammatik ja geht ja in Grammatik bauen einbauen mit dem anbauen schon von Erdhaus von der Masse Erde 3 3 3 wunderbar technischer Fortschritt 3 Mopols geklopft oder was nö nö steinspizack nö nö doch nicht mit dir hm 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 da machen wir mal ein Schwert ich hole mir erstmal hier ein bisschen Holz und so ja ne Axt auch nö nö was ist denn hier alles Tenten das sieht ohne Wüste Big Big Wüste Big Big Wüste ich glaub's nicht ich glaub nicht dass wir es gerade wirklich gesagt haben oh da gibt's eine so ne Aufzeichnung mit der kann sich das beweisen lassen oh mein Gott Big Big Wüste oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott so okay ich hab jetzt hier ein bisschen Holz und daraus baue ich ein Haus die Frage ist wie hm naja bau einfach ein Haus wie braucht man Häuser wie will die Werke oh mein Gott eine Höhle mit Skelett und Zombie wow voll heftig voll voll gibt's gar nicht irgendwie für mich ist das gerade etwas heftig ich hab nur noch anders am Herzen ha 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 schlicht warte mal hier nehmen was der Skelett wo ist Mr. Skelett hin so ich hab Grund äh Mauern gezogen tun getraten und äh ja große Frage Hau wie Bild das hier in sowie wie hoch und wie groß und klar aber ich baue erstmal danach überlege ich mir wie erst nachher ist man immer schlauer das hätten wir jetzt nicht tun sollen ja das hätten einen also ein Ofen und den Ofen setze ich auf den das war nicht intelligent aber egal ähm und dort tue ich gehe gar nichts rein am besten äh huh 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 wie geht es dir heute huh 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 warum denn nicht hast du was dagegen oder was nein wo es geht äh ich brauche hier irgendwie holz ganz schnell ich brauche ganz schnell holz ich habe hunger ach da unten rein man ey nun brenne das huh wie hoch willst du es denn gerne haben hoch also ne ne das ist schon ja das ist hoch genug gut huh huh cool 3 3 hungerkorn ist es gebracht war voll gut die hände und dann hier und dann hier äh 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 was ist denn oh gott ist das alter das sieht so verlassen aus hier ja es ist kein wunder ist ja auch niemand da da gibt es so viele schafe ne that's incredible bist du jetzt Bear Grylls oder was oh my god there was an ant oh my god it's a sheep and another sheep and another sheep and no all the sheep unbelievable all the sheep i've eaten now i'm hungry sheep's got very much proteins ounds ja long drauf tier 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 piel Bis zum nächsten Mal.